Ja meine Freunde, das ist eine Aussicht. Wunderschön. Eineinhalb Stunden bergauf, steil bergauf. Ja meine Freunde, auch in den Bergen braucht man Disziplin und Durchhaltevermögen. Wie im wirklichen Leben. Bleibt dran meine Freunde, es geht nur aufwärts. Unter dem Motto Gesundheit und Schönheit kommen von Ihnen mit schönen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.